Willkommen zurück genau zu skrimm okay also hier der Mörser wir müssen jetzt verfolgen und stehen da wie so Kung-Fu-Man ich mache in die Hose du machst auf den Boden gegen Busch das ist gut und dann der ist weg ist weg ist weg ist nicht akzeptiert ja das ist natürlich die frage wie lange mit dem hinterher anmelden kann ich verfolgt ich habe ja nicht gesagt du rutschst irgendwo runter ja aber ich konnte nicht weit rutschen aus der Mauer eins so da haben wir schon drei Sachen von dieser Blume cool so ich schau die wandern ob der uns dann verrät oder wir jetzt rausfinden dass er ein Arsch ist der ist genau so schon nein aber mit wem er hier für wen arbeiten tut natürlich ja das ist sehr ungesund oh da unten ist irgendwas ja wir dürfen uns nicht einbischen mal so ziehen wir uns ja mal voll heimlich tun und leise sein macht er auf mich das wäre ja witzig aber nicht so laut versteck mich im gras komm bewegt dich bitte move bitch brav move move Penis Mann Ups ich muss nur wegen Action reinbringen weil ja aber das war zu laut mein Arm ist Ohr es tut immer noch weh dass dein Arm ist Ohr hättest du wenigstens die Höhen rausgenommen das ist wahrscheinlich ja der Pferdejunge da niemand braucht einen Mied das ist ja gerade von dem Hund und es ist nur ein Pferd im Boxen auch genannt geh weg ich mag dich ist mir egal, ich mag dich nicht muss ich noch nie ein Vogelpferd haben der viel Vogelpferd der geht ins Schiffen, schau da ist doch gar keiner drauf ja, hier kann er mich rein theoretisch sehen deswegen speichere ich da leuchtet das ist mir leicht ich bin zu schnell du kannst ja noch alt dazu drücken vielleicht gehst du dann extra langsam das ist auch die laufendaste oh tatsächlich das ist so finster das ist so finster das ist mir zu langsam ja, mach mal hin hier das ist so cool in diesen Lederklamotten ja, gibt's alles so finster ich wollte schon immer mal, gibt's ein wo von hinten kommt, du bist da bewegt sich ein Schatten Schatten über uns Vögel das ist ja auch ne, ja, wohl dann wäre es lauter ja, sind's ein Drachen hui das ist noch ein Geber hmmm ja, was können wir da laufen adept adept dann sag ich mal, was für adept du bist schau, ich bin ne Depp ne Depp okay, warte mal verfluchte Axt auf dem letzten Pixel oh, war doch ganz einfach oh, schattenschwickertapst älter, der Riesenmund ja Schio Gorath der Prinz of Madness der Verlückte Haare wir sind aber nicht weit gekommen in der Zwischenzeit wieso bin ich eigentlich nicht aber ist auch lustig, wenn's mir nicht anläuft stimmt allerdings bist du auch so ja ja, war auch genau was kommt denn da gerannt ich glaube, das ist wie so ein Kung Fu, hey ja, wenn du so da steht Ninja Turtle das Rote ist da rechts das ist jetzt natürlich blöd Where do I go? Ja, echt in der Hand ja, so ist es jetzt vielleicht besser ich geh wieder zurück und ich kann nicht verfolgen, Schätzchen schau jetzt so braves Mädchen Fisch Fisch ich würde nur schauen, dass wir das irgendwie an der vorbei wir könnten notfalls da in die Ecke rein ja das ist jetzt hier, keine Ahnung, wie bei dir läuft, ne da lang, schau, schau, schau erstmal da links der, der ist da drüben ja kannst du ins Wasser hüpfen dann hört man mich aber ach, das hört man mich an zu moin ja nun ich bleibst ja noch nicht stehen, die Tante oh, da geht's unten runter ja ins Wasser na komm, der geht's rein ob man drüben irgendwo wieder hochkommt ja wie ist denn notfall, komm mal wieder zurück yes und Mist, stehst du mir im Weg scheiße ach, die Ziege ist auch im Wasser, wie geil so, da, da da, da, da ich frage, in welche Richtung der geht ja, der Pfad ist echt ja, ich meine ach so ja, du kannst natürlich auch einfach da drüber ah so, den kurzen Weg ja, du bist unsichtbar, wenn du unter dem Schiff durchläufst und dann gehst du auf Schiffs drauf oder so mal schauen, wo der hintanzt jetzt kannst du ja gar nicht oben langsam ja ich sprich mal inzwischen ach, das ist so exciting das ist zwar gut zum enkodieren für kleine Dateigrößen, aber da schau ich habe so das Gefühl, das ist jetzt ja einfach einen neuen Mann im Kreis das ist ja laufen hä, haben die uns jetzt echt entdeckt fuck wie denn weiß ich noch ja, die haben uns jetzt echt entdeckt kein Schuss pfu gott sei Dank habe ich vorhin gespeichert ja er soll F9 drücken können oh, excuse me ja, ganz kurz hat er mich gesehen vorhin ja, aber ich meine wann ja dann weg oh, wo sind wir denn das ja, das ist cool kennst du dich da aus, wenn du nichts siehst ja kann ich warten auf den Garten warten wie kannst du mich sehen das ist die letzte, die ich sage es raus ich bin weg ja, dann ist der noch nicht wirklich out aber gut, okay wie konnte, wer keine Ahnung der sitzt da hinten und hat irgendwas gemacht ich glaube wir müssen an dieses Ding da ran ja dann müssen wir mal gucken, wie die da steht einer der hier wo ich hinzeige der hat mich gesehen ja, aber wir waren doch direkt mit dem Grunde vielleicht hat er mich gehört wegen dem Wasser ja, aber wir sind jetzt irgendwie da hoch naja, eigentlich soll ich ja ihn verfolgen was weiß ich, dass hier keiner ist ja, aber ich hätte mal gesagt der hat doch da irgendwas gemacht der läuft doch da nicht einfach so umsonst hin wo ist denn jetzt echt jetzt servus das zeigt jetzt an, dass wir irgendwo rein müssen ja das ist nicht gut da ist da irgendwo hin da kannst du von links hoch da ist ein Treppen das kann doch nicht sein, wieso haben die mich g'sehen wo treibt es mich eigentlich hin keine ahnung wo treibst denn du dich rum ja, vielleicht sollte man dann doch nicht da unten hier, sondern so rum wieder rein auf einmal war Boden weg ja, wir haben aber jetzt Kopfgeld, ne also abgesetzt 5 ach scheiße, dann muss ich wieder F9 drücken weiß ich nicht weiß nicht, ich weiß nicht, was ist da doch da dann warte halt irgendwo hin, wenn wir mal drüber drücken wieder drüber drücken aber es treibt mich weg jetzt muss ich die ganze Zeit Taste drücken, damit es mich nicht wegtreibt da irgendwo unter das Boot ja 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 unter das Boot ist unten drunter geh weg Penis da kommt noch einer ja, vielleicht zu lange wir uns nicht bewegen und keinen Ton von uns geben so, der läuft jetzt noch da hinten das ist natürlich blöd ich meine, wir wissen halt jetzt, dass er da irgendwie hin will ja, vielleicht holt er ja auch einfach irgendwas ja, nervös ah, da kommt er wieder jetzt müssen wir mal raus, dann haben wir ein bisschen vielleicht Übersicht über die Umgebung ja, du musst ihn ja nicht zurücklehnen ich weiß aber, ich hocke unbequem hua nein, so da ist, ja blöd aber ich glaube, hier so hoch können wir da aber der Typ, da ist halt da aufs Schiff drauf, ne ah, da kommt er wieder vielleicht ist er auch ein Wuppschick ja, ich glaube, da ist er schon von der ah, der kommt jetzt hier lang ja, der läuft ja nur da hinten, oder? ja, ich glaube, der kommt hier rum ja, wir haben trotzdem noch genug Zeit gewesen eigentlich ja gut, jetzt müsste er still sein da muss man rein, da steht auch einer spannend ja, ist das nix hingehen, alles weg und kaputt machen ist sowas von viel einfacher also Dark Brotherhood du geh weg oh, der läuft jetzt bis dahinter, oder was? du, verfolg ihn los brav du musst nur speichern, bevor du irgendwo hingehst dann ja, wo guckst du hin? ich hab geschaut, ob noch einer ist der erste Rorsch, du hast gespeichert, jetzt lauf los Mensch den hab ich auf die Zimmer hochkommt das muss man schon sehen das wird nix geh weg sehr brav, geh weg naja, kommt kommt ja, aber vielleicht hinter mir vorbei bitte, hinter mir vorbei das schaut so aus, vor vom Lichtschein her jo, auf sag mir, das ist unten hä? 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 schau dich mal unten hier, weil da unten war keine Tür da geht's nochmal da hoch ja, aber er ist unten rein, der ist ja nicht hier hochgegangen ja, aber wo, da unten war da keine Tür ja, da musst du noch mal runtergehen, ne? ja, da musst du noch mal runtergehen, ne? warte mal, der Karte noch auf, wenn du zu sehen seid kurz da gucken kannst irgendwo hier rechts? reinwater grotto ja, irgendwo guck mal da irgendwo guck mal hin da kommt von links irgendwie einer, weil da ist ja einer so eine Isenrunde gelaufen das heißt, eigentlich müsste jetzt von hier dann noch einer kommt, der dann dahinter geht und der verfolgt den hm wir haben ja davon ein Safe, also ist ja wurscht ich muss ja halt hinten vorbei nein, nicht bei meinem Glück jetzt lauf los ja, hier ist nämlich nichts da ist er da unten, ist er da vielleicht, da runter und da unten, nein? nee, ne? wobei, wir haben es nicht gesehen wir haben immer nur gesehen, bis er da ist, bis er da hingegangen ist und weiter haben wir den gar nicht gesehen, also vielleicht ist er runter wenn wir ja Massensperre haben können, vorhin ja bist du weg? jetzt ist die Frage, kommt gleich zu mir nein, jetzt mal was, geht es schon ich bin schachspielchen da ah wie listig ja, sehr listig ja, sehr listig servus pace hier war das jetzt der schwere Geburt konfront komm, oh mein oh mein Gott hier war so ein Strick auch wieder so ein süßes Sternchen schön wir haben im Kopf gelandet wir haben im Kopf gelandet drei Trinkel ja, wo sind die ja falle penis nein, falle ich habe sie gefunden ach, dann muss ich jetzt umbringen ach, dann muss ich jetzt umbringen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich muss immer immer kämpfen ich kann sie versuchen, einfach nach rechts vorbei doch im Dunkel, weißt schon nicht genug Gold wir brauchen nur eine gute vorhin nicht laufen wollen aber jetzt die Sachen klauen, ne? ernsthaft kille ihn, um etwas Bier zu bekommen und dann stupide Böse und der stupide Hone und? da ist ja noch Klanschen Klanschen? tatsächlich da schwimmt ich glaube wir waren fast entdeckt ja und ich glaube wir werden auch entdeckt werden da komme ich nicht vorbei und ich glaube wir werden auch entdeckt werden mhm wir sollen ja bloß den nicht töten stimmt das ist genau das ist genau diesmal schau was da geht oh nein, nur noch Zauberarsch ich fass dich ich bin nicht viel ausgehalten der schwimmt den Pfeil ja mach weiter wünsch ne Pause ich treff den aber nicht ja dann mach trotzdem mal ne grad hast du noch nicht getroffen argh wie trinkst du jetzt? nein so ja die ist schon halbnackig aber sowas aber auch ich muss ihn nicht nackig machen ja soll ich speichern? nja kannst du immer tun kannst du immer einen richtigen save machen ja jetzt hast du alles überschrieben na halt okay der hätte echt schwimmen klappt zeig mir dein Gesicht dann schieß nochmal ab nein nein der hat gesessen aua der hat echt gesessen ja du wartest aber auch bis er dich trifft hm weil ich ziehen muss wie zum Hänger konnte der daneben gehen? dann hat er wieder zappelt na und? ach so ich hab das La vergessen äh ja tschuldigung 32 nehm auf jeden fall mit schick pfeile hm ey wo treibt denn der sich rum mensch was ist das für ein riesen ding was die da hier haben mal d tschuldigung gut ne frage ne 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 jetzt erstmal nicht die fahren oh schau mal Da war ne Falle. Ich seh' dich nicht. Reicht doch, oder? Der hält was aus. Ja. Das heißt, der würde mir auch scheitle tun. Ja, wir machen nebenbei ein Ball. Ich dachte, ich hörte etwas. Oh, jetzt zurück. Au! Wie konntest du nur? Na, indem er ein wenig schneller war als du. Indem er gut ist. Au! Du musst schon aufziehen, dumme Nudel. Na? So. Jetzt ges... Wie zum... Jetzt ohne Kack? Ich kann es nicht glauben. Ah! Menschenskinder! Ey, das war jetzt aber wieder eine schwere Geburt. Mhm. Du bist dran. Hast du gerade ziemlich gut drauf. Ja, ich weiß. Wir werden ein paar Minuten von vorhin noch beschleunigen. Okay. Wo ist jetzt das Leiche hin? Mal so. Oh, schuss. Kannst du hier oder eine Tante? Mhm, ja, die hier. Gar nicht. Pick meins. Die Bogenschützen halten hier vielleicht ganz schön was aus. Mhm. Die sind ziemlich gut. Die sind tough. Tough. Sie sind tough-Bieger. Das von dir. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, mei. Ich kenne das auch. Ja, wo ich. Ich hätte ihn jetzt noch schießen können. Ach. So, jetzt machen wir die Matze von Schocks. Oh, ja. Schock-Matz. Oh, das Ding ist dick. Äh, Kuh muss ich drücken. Und auf. Und auf. Oh! 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 Habe ich nicht gesehen? Die hat mich ja voll gefischt. Hat die mich. Die war gut. Äh. Du bist dran. Immer noch. Ja, wenn du nicht willst, dann mache ich. So, tschüss. Die will nicht mehr. Tschüss. So, selber schuld. Ich will selber. So. Achja. Excusi moi.